Es ist mir zugetragen worden, dass du eine gewisse Schwäche haben sollst. Call of Duty. Dann hör gut zu. Black Ops 2 Revolution ist hier. Ich rede von vier neuen Karten, auf denen du richtig abhocken kannst. Eine brandneue Waffe. Und zum ersten Mal überhaupt kannst du sogar zum verdammten Zombie werden. Ich hab gehört, du stehst auf sowas. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor der Alltag dich wieder im Griff hat. Job, deine Freundin, egal was. Und dich davon abhält, richtig Arsche zu treten. Das ist ein Problem. Und ich löse Probleme. Ich bin ein sogenannter Replicer. Jemand, der sich darauf spezialisiert, so zu tun, als wäre er du. Holen Sie meinen Mann her! Ja, man ist verhindert. Ich bin jetzt der Mann. Jetzt presst das Baby raus. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Bin völlig offen für alles, was du mir so zu bieten hast. Da steht, es gibt vier Rollen. Und ich hab hier nur zwei. Immer derselbe Scheiß, sag es. Liebst du mich? Sind die Berichte jetzt endlich fertig? Leider nein, Kevin. Sind sie nicht. Dass du dich so schlecht an deinen Großvater erinnern kannst. Du liefst splitternackt im Garten rum und er bespritzte dich mit Wasser. Dieser Scheißhund. Gestern hatten zwei Leute vor mir Sex direkt auf der Straße. Was machst du mit meinem Briefkasten? Jetzt kümmere du dich um meine... Also dann, lad dir Revolution runter und nimm dir die Call-of-Duty-Zeit, die du brauchst. Den Rest überlass mir. Neue Maps und Inhalte zuerst auf Xbox Live.